Es ist Weihnachten und damit Zeit, sich zurückzulehnen, die Familie zu genießen, einfach mal durchzuatmen. Lass all das, was dich stört, piesackt und ärgert, einfach mal beiseite. Wir haben später immer noch genug Zeit, um uns darum zu kümmern und zu ärgern. Ich möchte ein ganz großes Dankeschön loswerden an all diejenigen, die unser Weihnachtsfest so überhaupt ermöglichen, wie wir es kennen, haben wollen und ja auch brauchen. Von vom Einzelhandel über den Großhandel bis zu jedem LKW-Fahrer, der im schlimmsten Fall sogar Weihnachten in seinem LKW verbringt, irgendwo auf der Autobahn, weil auf der Ladefläche etwas liegt, was wir vielleicht bestellt haben und termingerecht geliefert werden soll. Ein ganz großes Danke auch an, ganz ehrlich, jeden Polizist, jeden Feuerwehrmann, jede Einsatzkraft bei der THW, in der Pflege, im Krankenhaus, weil ohne euch würde unser System, müssen wir ganz ehrlich sagen, einfach zusammenbrechen. Ich danke dir dafür, dass du mich vielleicht in diesem Jahr im YouTube-Kanal Motoblog begleitet hast. Es hat mir eine ganze Menge Spaß gemacht, dich zu informieren, zu unterhalten und einfach mitzunehmen auf all den Blödsinn, den wir so veranstalten. Ich würde mich freuen, dich nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen, wenn du Bock hast. Dann findest du den Link hier unten in der Videobeschreibung. Vielleicht blende ich hier auch irgendwas ein, müssen wir mal gucken, wie das Ganze funktioniert. Und dann, denke ich, sehen wir uns im Livestream zwischen Neujahr und Weihnachten. Ja, und dann im nächsten Jahr. Mach es gut, bleib mir gewogen. Viel Spaß, frohe Weihnachten. Ciao.